So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Das ist nicht RamsesderDicke, das ist SamyangBuldak und ich sehe, ich habe die ganze Zeit umsonst geredet und umsonst gekämpft, weil es gar nicht aufgenommen hat. Das heißt, ich habe jetzt schon zwei Kämpfe gemacht. Leider, muss alles nochmal erzählen, das ist das SamyangBuldak-Account auf Level 43. Der hat hier Aufgaben dran mit Gewinne 30, Kämpfe in der Superliga, Hyperliga, Meisterliga. Momentan ist die Hyperliga da bei mir. Ich mache mit dem so gut wie nichts. Ich kämpfe mit dem Hauptaccount schon selten in der GBL. Ich versuche trotzdem in den drei Monaten immer auf 21 zu kommen, aber ich kämpfe halt selten und wenn ich kämpfe, dann nehme ich das meistens auf für Ramses Minus. Also das seht ihr ja, die ich selbst meistens spiele. Ich möchte aber jetzt die Gelegenheit mal nutzen, hier den Samyang zu spielen, dass der vielleicht endlich mal sein Level abhat, denn er hat genügend Erfahrungspunkte für das nächste Level. Er muss nur eigentlich mal seine Kämpfe machen. Dafür habe ich mir ein Team erstellt, und zwar das gleiche Team, was ich immer nehme, mit Giratina, Feuerodem, Drachenklaue, Schattenstoß, mit Machomai, Kondersteinhagel, Kreuzhieb und mit Labras. Leider habe ich mir das vorhin gebastelt, hatte dann keine Bonbons und nichts mehr. Habe dann gesehen, Eisesodem, Blizzard. Habe ich auf meinem anderen nicht. Auf meinem anderen habe ich andere Attacken. Und gemerkt, dass man die wahrscheinlich nur über Top-Lade-TM oder Top-Sofort-TM bekommt. Bei Eissplitter bin ich mir, glaube ich, sicher, dass die Attacke vom Raid-Day war und man nur über Top-Sofort-TM bekommt. Ich habe auf dem aber weder Top-Sofort- noch Top-Lade-TMs auf diesem Account. Deswegen habe ich in der Community gefragt, ob jemand einen Labras hat mit Eissplitter und Eisstrahl. Da kam dann Netgoes, hat gesagt, ich habe eins, ein Erlöstes, 14-14-14, das kann ich dir geben. Hat er mir das gegeben, ich habe aus Spaß ihm ein Shiny gegeben vom Event, von der Fashion Week. Ein Shiny ab Soll mit Brille, weil das hier drauf war, als eines der zuletzt gefangenen Pokémon. Und es ist Lucky geworden einfach, total random. Jetzt habe ich also ein Erlöstes, 14-14-14er. Und mit dem Lucky-Trade ist es jetzt auf 15-13-13 gekommen. Ist also eigentlich schlechter geworden. Aber ist ja egal, ich habe es jetzt auf 24-87 gezogen an, das ging es nicht. Es hat Eissplitter, Eisstrahl. Ich habe Sonderbombe ums investiert, um hier Surfer noch als zweite Ladattacke hinzuzufügen. Und versuche jetzt mit diesem Labras in der Hyperliga ein bisschen zu kämpfen. Ihr seht, ich bin Rang 2. Ich hatte 5 Kämpfe und 4 Siege diese Saison. Letzte Saison hatte ich 20 Kämpfe, 10 Siege. Ihr seht also wirklich, ich mache so gut wie nix. Jetzt habe ich schon zwei Kämpfe gemacht, habe beide gewonnen. Ich weiß nicht warum, vielleicht sind das wieder Bots, die gerade spielen. Das ist ja der Geheimtipp sowieso, den man machen kann. Wenn ihr GBL spielt, wartet einfach, bis die Saison nur noch zwei Tage läuft. Und fangt dann an zu spielen, dann gewinnt ihr fast alles, weil da unten sich ja nur noch Bots rumlungern, rumtümmeln. Weiß ich nicht, ob das so ist. Das sagen die anderen aber immer. Schwache Verbindung, so. Das ist Monsieur Stein. Ich kenne mich nicht aus. Guck, er wechselt auf Feuer und Psycho. Der verwirrt mich. Was mache ich gegen Feuer und Psycho? Auf jeden Fall kein Machomai. Ich mache einfach mal hier weiter. Behalte das im Auge. Was der sonst noch so kann. Weil eigentlich sind wir ja recht gut. Ich weiß nicht, wieso der jetzt gewechselt hat. Labras wäre mit Wasser gut, aber der hat ja hauptsächlich Eisertagen, bis er zum Wasser kommt. Nee. Ich bleibe drin, weil ich mache recht gut Schaden. Bin auch sehr effektiv und er ist auch tot. Er hat aber auch nur 2,2 irgendwas. Ursaring. Und er hat aufgegeben. Ey, vorhin hatte ich einen Flunschlig als Gegner mit 1600 noch was. In der 2500er Liga. Mir geht's wirklich. Ich will hier nicht, ey, ich bin so krass, sieht mich an. Nö, ich möchte einfach nur irgendwann mal diese 30 Siege in der Hyperliga voll haben. Und dazu eignet sich das eigentlich ja recht gut. Ich habe also wirklich, wie gesagt, dieses Team vom Hauptaccount übernommen. Das ist hier drauf. Bewege mich jetzt ein bisschen dadurch. War vielleicht sinnlos, da so viel Staub auszugeben und alles für das. Man hätte das ja mit einem zweiten Account auch machen können. Wer das nicht weiß, ihr hättet einfach mit einem Zweit-Account immer WP-10-Pokémon nehmen können. Den anderen in einem Trainerkampf, in einer Superliga herausfordern, gewinnen lassen. Dann würde das auch gehen. Hier weiß ich zum Beispiel auch nicht. Ich bin... Flug, kann ich keine Maromai reinholen. Ist der stark? Ist der nicht stark? Ich mache auf jeden Fall mehr Schaden als er. Ihr seht, Ramses Minus. Weil meistens habe ich keine Ahnung, was ich überhaupt mache. Ich haue aber einfach mal weiter drauf. Das Erste, was voll ist, ziehe ich jetzt durch. Denn selbst wenn es nicht so effektiv ist, würde es wahrscheinlich reichen, ihn umzubringen oder wenigstens ein zweites Schild rauszuloggen. Und er macht nichts. Ist tot. Kommt rein mit... Feuer? Flamara? Was kann Flamara denn für super Attacken, von denen ich nichts weiß, weshalb man einen Flamara spielt? Falls ihr seht, dass ich zwischendurch mal mein Gesicht verziehe und aussehe, als würde ich mich gleich übergeben. Oder hier zwischendurch aufstoßen, immer mal. Das ist normal. Ich habe nämlich gerade kurz vor dem Video... Pflanze? Ich habe nämlich kurz vor dem... Pflanze und Drache? Ich habe kurz vor dem Video die Brottrunk-Challenge nochmal gemacht. Und das merke ich jetzt auch. Mir dreht sich jetzt richtig im Magen rum. Mir ist es richtig schlecht. Ich werde wahrscheinlich heute noch mächtigen Durchfall bekommen. Die Brottrunk-Challenge habe ich damals ja mal gemacht. Im Badezimmer. Mit alter Kamera, alter Qualität. Hab gedacht, wir können ein Remake machen. Probier das nochmal in einer besseren Zeit. Mit der neuen Kamera, in der neuen Location und so. Nominier gleich mal ein paar Leute. So wie Kesto, Shinaya, Kanal Phenomenal. Lebt das nochmal auf. Da hat damals keiner mitgemacht. Großartig. Ich will, dass das verbreitet wird. Dass die Leute sich mal Brottrunk reinziehen. Falls ihr die alte nicht kennt, guckt sie nicht. Guckt lieber nur die neue. Die alte ist richtig abartig. Was geht's gerade nochmal? Die alte ist richtig abartig. Die Brottrunk-Challenge. Die Brottrunk-Challenge. Genau. Damals gab es auch noch keinen Kesto, als das alte Video entstanden ist. War der noch gar nicht geboren, glaube ich. Deswegen würde ich gerne mal schauen, wie er das meistert oder wegsteckt. Er hat ja bei den fauligen Eiern, bei den tausendjährigen Eiern, hat er ja keine Mine verzogen. Das war ja genau sein Ding. Beim Suströming war es dann wieder anders. Und jetzt bin ich mal gespannt. Dieses fermentierte Vollkornbrot mit lebenden Milchsäurebakterien. Was er dazu sagt. Das schmeckt ein bisschen so, wie wenn du nichts großartig gegessen hast. Dich übergeben musst. Dann nur noch Gallensaft rauskommt. Und man sich einfach denkt, ist das sauer und bitter und alles mögliche. Auf jeden Fall aber nicht schmackhaft. Angriff sinkt stark. Ist auf jeden Fall schon tot. Hat schon ein Schild benutzt. Das dürfte Tangela jetzt mit Eis. Das ist eigentlich immer total sinnlos. Ich habe Labras und denke, oh, da ist eine Pflanze. Da kann ich mit meinen Eisattacken schön Schaden machen. Aber die Pflanze ist doch gegen meinen Wassertyp effektiv. Also kann ich Labras... Für was nehme ich denn dann Labras? Für Drachen. Für Flug-Pokémon. Für Flug-Drachende Pokémon. Für irgendwas. Ich weiß auch gar nicht, wann das hier rauskommt. Ich nehme das jetzt einfach mal auf. Mit dem Main-Account habe ich noch gar keine Überliga gespielt. Ich spiele jetzt halt mit ihm. Mit dem Main-Account müsste ich aber eigentlich auch mal. Aber ansonsten macht es Spaß, hier so gemütlich durchzukommen. Eigentlich Rang 20 dürfte für kein Problem sein, weil es ist ja erstmal egal, ob ihr gewinnt oder verliert. Irgendwann steigt ihr sowieso auf. Sobald es dann um Punkte geht, bin ich eh raus. Aber Rang 21 versuche ich mir immer zu holen, gerade für den Staub und die TM, die es immer gibt. Ja, 5, okay. Wir holen hier ab. Wir holen ab, ab, ab. Wir holen alles ab, was wir hier haben. Hier holen wir auch ab. Und haben hier drin ein Medi-T. Jetzt schalten wir hier den Modus aus und fangen das Medi-T. Du sollst das Medi-T fangen. So. Rang weg. Weiter. Drei. Zack. Wir wollen drei Matches machen eigentlich. Drei Sets. Jetzt habe ich natürlich, weil ich die ersten zwei Kämpfe ausgelassen habe, haben wir jetzt eine bessere Zeit. Wir sind bei 8 Minuten. Normal wären wir so bei 12 Minuten oder so. Durch die zwei anderen Matches noch. So dass man auf eine Dreiviertelstunde kommt. Bis eine Stunde ungefähr. Wir ziehen weiter durch. Ich weiß gar nicht, wieso ich so viel rede. Aber ich bin so ein bisschen... Rede... Laberflash. Ein bisschen Laberflash haben wir da. Kommt vielleicht durch den Brottrunk. Der hat mich jetzt richtig aufgegeilt. So. Sehr effektiv gegen sehr effektiv. Wer wird wohl gewinnen? Ich habe das Näschen wieder ein bisschen vorne. Ich darf auch zuerst meine Drachenklaue ansetzen. Der müsste jetzt eigentlich schilden. Schildet der oder schildet er nicht? Für alle, die kein Giratina haben. Jetzt im Oktober kommt es ja in die Raids. Das mit den Füßen, was ich gerade habe, das ist halt eigentlich gut für... Ich behalte es jetzt einfach. Das ist gut für die Hyperliga bis 2.5. Das andere sollte man in der Meisterliga spielen. Habe auch schon Leute gesehen, die das hier in der Meisterliga haben. Ich mache es halt so. Und komme damit eigentlich einigermaßen zurecht. So. Garados. Flugwasser. Irgendwas. Bevor wir sterben. Hauen wir nochmal rein. Jetzt. Könnte ich doch... Könnte ich? Kann ich jetzt mit Labras gegen die Flugattacke was aus... Gegen den Flugtyp was ausrichten? Gleichzeitig. Ist es aber Wasser? Neutralisiert das dann? Eigentlich nicht, oder? Und es hat ja auch nur so andere Moves. Also jetzt hätte ich auf jeden Fall einen Labras reingeholt. Habe ich auch jetzt. Und es ist nicht wirklich effektiv. Es macht eigentlich nichts. So. Ich weiß nicht, was der hat. Wir lassen den einfach mal durch. Wegen dem bisschen Wasser. Ich bin auch Wasserbruder. Jetzt beruhige dich doch mal. Guck mal. Ich kann Surfer machen. Den nehme ich jetzt einfach so lange mit, bis ich auf den letzten komme und haue da alles drauf. Ich habe jetzt beide Attacken voll. Und jetzt haben wir Normal und Feuer. Wir können also Wasser gegen Feuer. Und wir können Kampf gegen Normal. Wahrscheinlich wäre dann also Maromai hier auch interessant. Maromai habe ich nämlich noch gar nicht angewandt jetzt. In allen sechs Matches gab es noch... Warte mal. Habe ich vorhin nicht Maromai... Ist egal. Hat keiner gesehen. Weiß eh keiner mehr. Nächster Kampf. Nächster Sieg. Sechs Stück. Ich habe bei Null angefangen. Und habe jetzt schon sechs hintereinander. Ich glaube, das könnte eine neue Siegeserie werden. Also Ramses Minus ist nichts für Leute, die irgendwas lernen wollen. Ramses Minus ist für Leute, die Podcasts hören. Die einfach eine Stunde das laufen lassen und sich komisches Gerät anhören, damit sie besser einschlafen können nachts, ohne hinzugucken. Das könnte man so sagen. Oder halt für Leute, die... Naja... Das witzig finden. Sich unter... Das unterhaltsam finden. Irgendwas so. Ich weiß nicht, wieso der jetzt auf Hariyama gewechselt ist. Das würde er gleich noch bereuen. Hoffe ich zumindest. Guck, er bereut es schon ein bisschen. Ein bisschen hat er es bereut. Ich glaube, ich hätte trotzdem mit Drache weiter kämpfen sollen. Wir lassen es mal durch. Der kann doch eh nur Kampfmoves, oder? Würde mich überraschen, wenn der jetzt plötzlich hier mit... Da, Nahkampf. Nix. Also weiter, weiter, weiter. Verteidigung sinkt. Oh mein Gott. Guck dir den Schaden an, den wir machen. Da kann er nichts tun. Gar nichts. Und er kommt wieder zurück. Wieder mit Flamara. Jeder spielt Flamara. Heißt, jeder der Flamara hat, ist ein Bot. Oder die Leute haben einfach Bock auf Flamara. Oder ich... Warum nicht? Blitzer habe ich noch gar nicht gesehen. Blitzer greift doch viel schneller an und ist viel cooler. Jetzt mal hier Flamara Hayden. Das ist wichtig. Dass das sich nicht so besonders toll vorkommt. Nur weil es immer zugenommen wird. So, wo sind die Blitzer-Fans? Ich habe noch zwei Schilde. Das heißt, ich werde einmal abwehren. Und werde dann den Rest so runter bashen. Und dann wieder mit vollen Ladetagen auf den nächsten Gegner kommen. Der nämlich wer ist? Ach so, wahrscheinlich der vom Anfang. Haben wir schon gehabt. Garados. Oh. Kann ja sein. Manchmal, man merkt sich ja nicht alles. So. Drachen-Sau-Klaue. Drachen-Sau-Klaue. Kriege ich jetzt eine Drachen-Klaue nochmal durch? Ich bin aber auch hier. Guckt doch mal. Wie ein Wurm. Ich winde mich raus aus jeder Situation. Und dann komme ich von hinten. Was willst du tun? Was willst du tun? Den Rest könnten wir unter uns ausmachen. Ja, machen wir jetzt auch. Ich schildere einfach nochmal ab. Mach das alles hier mit dem Giratina ganz flott. Das sieht doch nett aus. Gira. Giratina. Girige Tina. Also seht ihr, man muss nicht mal wirklich Ahnung haben. Man braucht nur so ein paar Pokémon so. Man lässt sich eins tauschen. Pusht es ein bisschen auf 2,5. Ein anderes nimmt man aus einem Raid. Pusht es auf 2,5. Die haben alle keine perfekten PvP-IV oder sonst was wie die Weltmeister. Komplett egal. Ihr könnt in der GBL trotzdem ganz gemütlich auch spielen und was reißen. Ganz gemütlich so. Ganz. Level 1. Wegner. Das erste Mal, dass ich glaube ich auf den Namen geachtet habe, wie jemand heißt. Zoom-Pax ist auch am Start. Zoom-Pax da ist glaube ich egal, was ich nehme, weil fast alles gegen Zoom-Pax gut Schaden macht. Obwohl so viele Leute trotzdem Zoom-Pax nehmen. Der wird jetzt wieder mit Aqua-Hobitze angreifen. So schnell wie das ging. Nee, der macht Surfer. Nur dann ist mir das recht egal, was er macht. So. Wenn ich Labras nehme. Labras macht Spaß gegen seinen Boden. Auch Machomai macht gut was. Wir bleiben also beim Wild Giratina. Hey, wieso nicht? Komm, ich schilde einmal. Und, er hat wieder Surfer. Ja, ich glaube der hat wahrscheinlich gar keine andere Attacke. Wir wühlen und sitzen einfach hier durch. Entweder lässt er es durch oder er schildert. Ich glaube mal, er lässt es durch. Ja, so wichtig ist ihm das nicht. Und er macht weiter mit. Oh. Jetzt habe ich ganz ohne Spaß. Ich habe jetzt mit Blitzer gerechnet. Ich habe nur das Elektro-Symbol gesehen. Habe gedacht, ganz klassisch. Der hat jetzt Blitzer. Wenn alle Flammare haben, hat er jetzt Blitzer. Nein, er hat eher Volt-Hack. Stromstoß. Kannst du mal machen. Wir kommen jetzt und machen wieder Drachenklaue. Die ganze Zeit permanent. Bis zum Umfallen Drachenklaue. Er schildert nochmal. So. Jetzt kommt er mit Machomai. Ah, jetzt hätte ich auf... Verkackt. Jetzt hätte ich natürlich schön auf Schattenstoß gehen können. Also Geist. Das wäre super gewesen. Wollen wir nochmal probieren, auf Schattenstoß zu kommen? Es zieht sich. Es zieht sich. Es zieht sich. Ich kann einmal abwehren. Aber ich glaube, bis ich Schattenstoß aufgeladen habe, ist er wahrscheinlich schon tot. Nein, ist nicht tot. Oder? Ist er? Ne, ich habe... Ich könnte... Wir machen Schattenstoß. Wir machen Schattenstoß. Ein ewiges Hin und Her. Dann immer ganz schnell reagieren. Irgendwas machen. Irgendwas drücken. So muss das sein. Er hat es schon wieder abgewehrt. Boah. Hätte ich Drachenklaue gemacht. Ich schwöre. Und er liegt am Boden. Und er holt sein... Dings zurück. Aber wir bumsen nochmal hinterher. Und dann... War es das. Auch. So. Hinterher bumsen. Zack. Jetzt kannst du gerne mich rausnehmen. Und ich bin so verrückt. Ich nehme Labras. Das ist ein flauschiger Bär. Den kann man gut in den Magen boxen. Aber ich nehme Labras. Ich. Besiege dich. So. Acht von 30. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Schaffen wir alle 30. Heute an einem Tag. Müssen nie wieder GBL spielen dann. Mit dem Account. Doch irgendwann gibt es bestimmt wieder andere Aufgaben, wo man es auch muss. Also zwei erst mal noch. Um wieder das 5er Set voll zu haben. Irgendwann kommt eh der Moment, wo ich verliere. Bin ich wieder traurig. Eine Minute. Und dann muss ich mich wieder fangen. Also. So Chanda. TH Encanda. Komisches Gebambel. Das Kabel hier zerrt auch. So. Wir sind. Jetzt. Bei Knackrack. Und hier auf Drache. Greift er mit Boden-Moves an? Nö. Knackrack. Boden. Labras. Wasser. Aber gut. Wir machen erst mal hier so weiter. Ich brauche noch was gegen sein schmieriges, altes, verrostetes, mega, äh, ohne Mega. Pisa Flora. Einfach nur. Da kann ich nicht mit Labras auftrumpfen. Außer ich habe schon Eis geladen. Hat er seine, er hat seine, richtig genial. Er hat seine zwei Schilde schon fort. Das heißt. Ich kann jetzt auf Schattenstoß gehen vielleicht. Ja. Und ich hätte bei, ich könnte Labras aufladen und Eis strahlt dann auf das Bisa Flora. Das wäre richtig heftig. Guckt euch das an. Jetzt bin ich aber tot. Nehme ich jetzt Labras und probier's. Ja. Ich habe ja eh noch zwei Attacken. Also ich mache hier. Es hängt schon wieder. Wir müssen nur durchhalten, bis wir Eisstrahl voll haben. Er hat aufgegeben. Er hat aufgegeben. Warum, Mann? Lass mich doch auch mal jetzt meinen Spaß haben. Gebe auf, geht's schneller. Hab keine Zeit, ne. 9 von 50. Insgesamt. Auf der ganzen Medaille. Das heißt, ich habe noch kein einziges Mal Hyperliga gespielt. auf diesem Account. Der Account existiert schon seit 7.7.2016. Der ist älter als mein Main-Account. Mein Main-Account ist erst um den... Irgendwann im August. Mitte August. Entstanden. Also, hallo. Was geht da? Eigentlich müsste ich jetzt Maromai holen. Oh, Mann. Genau jetzt. Okay, passt, passt, passt. Ich wollte gerade wechseln. Hat er aber auch schon gewechselt. Aber ich bin ja trotzdem effektiv. Und wenn er sein Despo da jetzt wiederholt, dann bin ich genau nochmal so effektiv gegen sein Unlöcht und gegen seinen Stein und gegen alles andere. So. Hier boxe ich jetzt mich weiter durch. Den möchte ich aber behalten. Also schild mal ab. Das ist jetzt Maromais-Rennen. Lawine. Lawine und Schlawiner. Man kennt die beiden. So. Komm, bitte, bitte, bitte. Nein. Was ist das? Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Ich nehme einfach mal hier Gesteinsattacken. Steinhagel. Ist auf jeden Fall nicht gut. Können wir rauswechseln? Irgendwann. Schaffen wir es noch? Wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot. Kreuzhebel ist fertig. Ey, mir ist egal. Ich mache das auch nochmal so. Ich schilde ab. Ich mache einen Kreuzheb, weil der voll ist. Ich weiß nicht, ob wir Steinhagel noch voll kriegen. Bevor ich sterbe, besiege ich dich mit Kreuzheb. Hm? Wie sieht es aus? Und? Achso, er hat noch einen Schild. Ja, jetzt hat er kein Schild mehr. Okay, jetzt könnten wir wieder wechseln. Aber, ach komm, lassen wir jetzt einfach gehen. So, was machen wir? Wir nehmen die gierige Tina. Die kriegt gleich eine drauf. Wir nehmen jetzt mal das Lapras. Ich habe nämlich schon wieder vergessen, was er als erstes Pokémon hatte. Das sehen wir aber gleich wieder. Achso, Despotar. Na, dann passt es doch erst recht, weil wir jetzt nämlich Surfer haben. Aber er darf zuerst. Aber was kann er machen? Steinkante. Knirscher. Feuersturm sicherlich nicht. Knirscher, okay. Ein Surfer drauf. Müsste das Ding erledigt sein. Wäre natürlich Hydro-Pumpe besser. Also stärker. Aber der hat ja eh schon jetzt gefressen. Und der Rest wird nicht ausreichen. Gut, wir machen also weiter. Eins, zwei, drei. Zack, zack, zack. Und jetzt haben wir es trotzdem fast... Hallo. Jetzt geschafft. Zehn. Zehn hintereinander. Neue beste Serie. So muss es laufen. Wir holen wieder ab. Eins, zwei, drei. Und ein Boggemon. Es ist ein Quapsel. So, Schnellfang-Trick. Wieder raus. Weiter. Wir können ja dann, wenn wir beenden, mal alle bewerten, die wir jetzt gefangen haben. Jetzt sieht es aus, als wäre ich übelst der Profi. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Also, es fällt mir nur jetzt gerade in die Karten, dass ich halt so spät erst angefangen habe, GBL zu spielen. Ihr seht ja hier Rang 4. Aber gut, ich war selber erst Rang 2. Hä? Ich vergleiche das immer so mit dem anderen wahrscheinlich. Das ist das Problem. So, Flug und was? Jetzt hat er gewechselt auf Garados. Warum? Mach doch sowas nicht. Was war ich denn jetzt gegen Flug und Unlicht? Labras, genau. Also, er hat aber schon Angst vor uns. Obwohl er noch Unlicht hatte. Dann machen wir hier erst mal Garados weiter. Kämpfen wir uns so weiter durch. Du hast, glaube ich, geschildert. Ich schilde jetzt auch. Du machst vor, ich mache es nach. Neue Spielregeln. Windhose. Oh, das wäre in die Hose gegangen. Ja, das war nämlich rot. Also, nochmal. Ich glaube, er schildert wieder, weil er weiß, dass er gut ist gegen mich. Er will mir alles abverlangen. Ich kenne sein... Nein, er schildert nicht. Wenn er nicht schildert, schildert ich auch nicht. Was heißt, er bringt mich um? Windhose. Komm. Hey, Nassschweif. Okay, keine... Habe ich wieder ein Mehl gehabt. Guckt ihr das an. So ein Mehl. Nochmal, Kramschef. Da hätte ich jetzt... Weiß ich nicht. Also, machen wir einfach Drachenklaue. Fertig. Schild ist weg. Wir haben noch ein Schild. Der bringt mich bestimmt jetzt um. Jetzt können wir doch aber mit unserem Labras rein. Weil sein Flug ist ja auch effektiv gegen Kampf. Mach o mei. Also, abwarten. Wir sind gut. Wir halten viel aus hier. Du wirst jetzt nicht sterben bei finster Aura. Du wirst jetzt... Ne, wechselt raus. Da wechsle ich jetzt aber auch raus. Das zeige ich dir nämlich jetzt mal, wie ich jetzt plötzlich Maromai reinhole. Wenn du hier mit deinem komischen Hund ankommst und der Kreuzhieb dich wegfegt. Das ist auch gut. Ist ja hier... Was ist das überhaupt? Gestein und Unlicht? Nein, Feuer und Unlicht. Hey, guck mal. Selbst hier. Das... Der Flugtyp macht gar nicht so viel aus. Wir sind trotzdem recht stark und können hier draufhauen. Das finde ich sehr gut. Und wir kommen zu gar nichts mehr. Wir kommen zu gar nichts mehr. Das war so effektiv gegen den Unlichttyp, dass sein Flugtyp nichts neutralisiert hat. Ich verstehe das immer noch nicht. Wenn das zwei Typen hat und ich gegen den einen eigentlich effektiv bin, aber der andere gegen mich effektiv ist. Wie sich das dann auswirkt. Vielleicht erklärt es mir ja wieder mal einer in den Kommentaren. Ich denke halt, das eine ist das. Ich weiß, okay, ich bin, also gehe ich hin. Und dann wundere ich mich, wieso es nicht ist. Und dann, weil der Zweittyp so ist und nicht, aha, mhm. Warum war ich jetzt so Kräfte gegen dieses Grammurks? Äh, gegen dieses Grammchef? Bäm, bäbäum. Zumpex. Denkt dran, nur weil es shiny ist, heißt es nicht, dass es besser ist. Also, dass es stärker ist als ein normales. Es ist genauso schlecht. Guckt es euch doch an, wie schlecht es ist. Es ist so schlecht. Schlechter geht es nur mir gerade. Lass mal durch. Das ist bestimmt auch nur Aqua. Beben. Aqua-Hau-Bitze, siehste. Und ich, wenn ich jetzt durchkomme, zieh dir das mal rein, was das macht. Und ich komme nicht durch. Aber, guck mal, ich habe fast so viel wie er, wo er geschildet hat und ich nicht. Das heißt, ich bin schon wieder im Vorteil. Was hat er jetzt? Giratina? Achso, okay. Ja, Giratina. Jetzt könnte man natürlich aufs Labras wechseln und mit Eis angreifen, aber wir sind ja beschränkt und machen immerzu nur dasselbe. So, wir beschränken uns auch weiterhin. Er hat wahrscheinlich Geist sofort, weil er irgendwie mehr Schaden macht als ich, als Icke, als Icke, aber ich gehe wieder auf Drachenklaue, weil die einfach eher fertig ist. Ich möchte nichts riskieren, ne? So, hat er eigentlich schon seine Schilde alle fort? Jetzt. Jetzt hat er drei Schilde gehabt wieder mal. Immer diese Betrüger, du. Ich verstehe das nicht. Dann lasse ich den jetzt durch. Komme mit Labras rein. Wir haben immer noch ein bisschen Move am Start. Komme jetzt aber mit Labras rein. Können hoffentlich den Rest wegmachen und schon mal ein bisschen Eisstrahl aufladen. Oder andere Sachen. Hä, ist nochmal dran einfach. Gut, aber jetzt kannst du mir nicht, jetzt wirst du mir nicht gefährlich. Drachenklaue, bisschen, bisschen, bisschen. Was hast du sonst? Ich habe ein Schild, ich kann noch wechseln. Mir steht alles zu Füßen. Steht alles bis zum Kopf. Es hängt. Es hängt. Und es ist Stahl. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich komme mal hier mit Fridolin. Fridolin muss draufhauen jetzt. Ich weiß nicht, wie der reinknallt. Ich wäre einfach jetzt mal ab zur Sicherheit, weil ich habe voll Schiss. Steinhagel. Also, hau lieber drauf. Mach mal Kreuzheb und sei bitte mal richtig brutal und heftig. Bitte, 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 bitte. Kreuzheb. Junge, Kreuzheb. Sehr effektiv. Yo. Jetzt sehen wir gleich, wie viel sein Steinhagel ausmacht. Wenn er überhaupt einen Steinhagel macht, nochmal. Steinhagel. Ach, das ist aber nicht viel. Da hätte ich es auch einfach so lassen können, wie es war. Hier haben wir nochmal Zumbax. Zumbax macht jetzt wieder... Ja gut, die Aquahubitze könnte schon uns wegrusen. Wir leben noch ganz knapp. Am Existenzminimum. Und habe nochmal Kreuzheb. Und der dürfte jetzt trotzdem auch bei ihm sitzen. Hier, guck. Batsch. Aber wieder lebt er. Komm, ein... Ah, der darf direkt nochmal. Aber egal, egal. Ich habe mein Move ja voll. Aber bringt mir nichts. Aber ist egal. Doch, bringt doch was. Weil, komm. Du fällst um und ich mache einfach irgendwas. Egal, was ich jetzt mache. Bevor du mich grillst mit irgendwelchen Elektrozeug, tue ich halt Wasser auf die Rostbeule. Also Wasser aufs Metall, das es dann rostet. Und ich dann gewonne auf jeden Fall. Ich habe gewonnen. Schon wieder. Weiter geht's. Zwei von fünf. Kann ich alles, was ich hier spiele, mir dann rüber tauschen? Also die Level. Ich bin jetzt bei, glaube ich, zehn. Auf dem Main. Aber habe noch keine Super... Ich habe noch keine Hyperliga gespielt. Bei der Super bin ich zur zehn. Hyper habe ich noch nicht gemacht. Hyper könnte ich ja so zehn bis 15. Und 15 bis 20 dann in der Meister den Rest machen. Das würde doch gut passen, oder? So, was du hast, weiß ich nicht. Ich bin der Herr, der auf Schattenstoß geht. Aber du vorher einfach hundertmal drankommst. Weil ich weiß, dass du so schnell auflädst. Ansonsten macho mal wieder reinholen. Der wechselt dann eh wieder raus. Wir bleiben erstmal drin und setzen ihn ein bisschen unter Druck. Weil er hat ja eh noch sein ganzes Schildzeug. So, so Schattenstoß. Schattenstoß ist jetzt nicht so brutal, aber... Sieht doch wenigstens mal ein bisschen nach was aus. Ich habe es durchgelassen. Du hast es durchgelassen. Das können wir so weiterspielen, meinetwegen. Ich bin mir sicher übrigens, dass ich vorhin die Aufnahme gestartet habe. Wahrscheinlich einfach irgendwo draufgekommen bin. Mit dem Ellenbogen oder mit dem Kopf abgerutscht. Und dann war es erst weg. Und nicht, dass ich es vergessen habe, einfach komplett anzumachen. Ich muss mich auch beeilen, wenn ich nämlich fertig bin mit dieser Aufnahme. Muss ich noch Arren machen, Interaktion machen. Die ganzen Accounts setzen. Dann wieder Stream starten. Rates für Zuschauer, so Zeug alles. Also, es gibt immer irgendwie was zu tun. Lassen Sie es noch einmal durch. Jetzt kann es knifflig werden. Schaffe ich es denn überhaupt nochmal irgendwas voll zu machen? Jetzt wechselt er raus. Und ich, Idiot, drücke weiterhin hier. Ich hätte jetzt auf Drache gehen müssen, natürlich. Ja gut, das passt auch. Wegen Psycho, okay. Ach, es ist gar kein Drache. Es ist einfach Pflanze. Ach, es ist ja kein Alola. Ja, dann kommen wir mit dem Labras rein. Versuchen wir hier. Ah, es ist ja wieder Pflanze. Stell dir mal vor, der hat so Larsstrahl. Der hat bestimmt hier Samenbomben, irgendwas. So ein Hin und Her. Schnell, mach mal hier Eis. Mach Eis drauf. Los, mach Eis drauf. So, was hat er noch? Ich habe noch zwei Schilder. Ich muss sie immer nutzen irgendwo. Er kommt wieder mit Stahl. Ach mit, ja. Ich wollte eigentlich wechseln. Ich habe es nicht geschafft zu wechseln. Ich brauche das Labras noch. Ich wechsel jetzt auf Maromai. So, Maromai jetzt ein bisschen draufzimmern. So, eins, zwei, drei. Bitte wechsel nicht nochmal. Ach, ne, hat ja gerade. Was macht er jetzt? Stein, können wir nicht. Wir lassen durch. Steinhagel war ja nicht so brutal bei uns. Er hat Kraftkoloss. Ist auch egal. Er hat Panferno. Hm. Da wäre Steinhagel jetzt super gewesen. Aber was mache ich? Ich mache natürlich Kampf, weil ich schon wieder rechts festgesteckt bin. Jetzt könnten wir versuchen. Oh mein Gott, Steinhagel war voll. Ich habe aber trotzdem schon wieder rechts gedrückt die ganze Zeit, weil ich gesehen habe, wie schnell meine Energie leer geht. Da dachte ich, das schaffe ich nicht. Ich sterbe. Also bevor ich sterbe und nichts mache, mach mal lieber diesen und war sinnlos. Und er greift schon wieder an. Ich musste nur einfach mein Move, mein Charge-Move durchbringen beim Melmetal. Dann ist es doch vorbei hier. Sterb doch jetzt endlich. Ich sterb. Er hat gar kein Melmetal mehr. Oh, ich hätte einfach Surfer machen können und dann wäre er doch fott. Und so ein unübersichtliches Spielgeschehen habe ich selten erlebt. Samyang. Das wird dein Level 5 Aufstieg werden. Rang 5, Rang 5. Nicht Level. Tetrax. Kommt im Tetra-Park. Um die Ecke geflogen. Du siehst schon, Zumpek ist sehr beliebt. Schwache Verbindung. Gut, dann bitte nicht mehr angreifen. Ab jetzt nicht mehr angreifen. Wir sind wieder als Drache unterwegs. Und machen hier Drachenfaxen. So, jetzt darfst du. Das können sogar ein Erdbeben sein. Das ist auch Aquahubitze. Verstehe ich nicht. Der hat uns so lange gebraucht. Ich drücke mal nicht unten, der wechselt eh wieder raus. Er wechselt auf Gengar. Dann mache ich jetzt Schattenstoß. Jetzt habe ich extra nicht unten rumgewühlt, sondern habe erstmal oben gedrückt, damit ich nicht wieder was einraste, was ich gar nicht möchte. Schaffe ich es nochmal auf Schattenstoß? Wahrscheinlich nicht, weil ich vorher tot bin. Ich wehre einmal ab und gucke, ob ich doch aber vielleicht. Schaffe ich es? Schaffe ich es? Schattenstoß? Ja, es kommt wenigstens einmal durch. Noch? Bevor ich weg bin. Was macht er? Er wehrt natürlich nochmal ab. Soll er halt abwehren. Ja, mach und mal. Bringt jetzt nichts. Wir nehmen also hier Labras. Machen wir mal diesen. Ich weiß nicht, was du mit Labras vorhast. Also, wir gehen es gechillt an. Adi, du siehst aus, als würdest du gerade auf die Mütze dort kacken. Hör mal auf damit. Er ist fort. Ich hab ein Schild. Er kommt rein. Er hat wieder. Er geht wieder auf. Oh, na, er hat Melmetal. Warum hat er denn 100.000 Mal Melmetal? Kann mir das mal einer verraten? So, ich lass mal durch. Egal, was er hat. Egal, ob Kraftkoloss oder Steinhagel. Es kann mir beides eigentlich gerade nichts anhaben. Zur Not habe ich dann ja noch ein Schild. Und dann habe ich schon wieder vergessen, was er gerade hat. So, machen wir hier mal das zweite Mal voll. Vielleicht können wir den auch mitnehmen. Das sieht nämlich gut aus. So, 2492 ist whack. Und wir haben noch unseren Zoom-Packs. Der kriegt jetzt auch einfach einen Kreuz-Hieb drauf. Wir haben immer noch ein Schild übrig. So. Haben sie es? Das sind ja so leichte Matches. Die hätte ich mit verbundenen Augen gespielt. Ich komme hier an meine Grenzen. Guck dir das an. 14 von 30. Komplett. 14. Komplett. Von 30. Komplett. 14. 14 von 50. Auf der Medaille. Aber die Medaille interessiert ja keinen. Wir sind jetzt bei 34 Minuten. Und bei 14. Wir könnten sogar die 30 voll machen. Oder ich mache, bis ich verliere. Immer wenn ich das sage, ich mache, bis ich verliere, verliere ich meistens in der nächsten Runde. Deswegen lieber nicht sowas sagen. Eigentlich sollte man drei Sets spielen und dann ist gut. Ja. Und ist gut? Ne, oder? Drachenklaue. Wir sind zuerst da. Du bist Sekrom. Sekrom suche ich noch als Lucky Shiny. Ich habe Shinies. Ganz viele. Ich habe aber noch keinen gefunden, der mir mal einen Lucky Shiny geben kann. Ich dachte, das wurde so oft geradet, dass die Leute das All Must haben. Haben sie aber irgendwie nicht. Ich wäre lieber mal ab, weil da brauche ich nicht mit Labras ankommen, wenn der so elektrisch ist. Der Bruder. So. Du kommst mit. Jetzt schnell handeln. Was ist das? Ich weiß es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall Drachenklaue. Ich habe ein Drachensymbol gesehen. Könnte Rigiram sein. Ich glaube, das andere war Feuer nämlich. Und? Ja, es ist Rigiram. Na jetzt dann. Da passt doch aber. Müssen wir ausprobieren. Da passt Labras, wollte ich sagen. Aber wenn er Feuer gegen Eis. Ich will Wasser gegen Feuer. Wir sind eher dran. Was macht er? Macht er Drache? Macht er? Wir lassen es mal durch in der Hoffnung, dass er kein Feuer hat. Hä? Steinkante? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Gut, wir haben Surfer. Damit wollte ich eigentlich angreifen. Haben wir jetzt auch gemacht. Jetzt sieht er so aus wie ich. Beziehungsweise hat so viel wie ich. Er geht jetzt raus. Hat einen Karapenis übrig. Karapenis kriegt jetzt auch hier einfach Wasser drauf. Karapenis müsste doch richtig effektiv sein gegen mich. Es ist doch Kampf. Oder was hat er für Moves wieder drauf? Guck mal, wie das abzieht. Wir haben jetzt noch unseren Maromai. Und noch ein Schild. Wir werden also jetzt uns hier gegenseitig prügeln. Ich habe 2, 4, 9, 8. Hallo. Du hast 2, 2, 8, 5. So, und den Rest knall ich jetzt noch hier drauf. Da wäre Steinhagel vielleicht auch gut gewesen gegen Feuer. Ich weiß nicht, ob der Drachentyp da wieder was abschwächt oder nicht. Deswegen schlagen wir einfach mit dem Kreuzhieb. Der war eh voll. Und haben wir jetzt hier nochmal 15. 15 von 30. 37 Minuten. Wir holen wieder alles ab, was wir hier haben. Wieder Medity. Wusch. Raus, weg, weiter. 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Oh, jetzt. Jetzt gibt es ja nur Bären. Nur Bären. Noch bin ich guter Dinge. Dass wir jetzt auch einen Fünfer gewinnen. Warum ist Steve Figures? Steve Figures. Eis. Jetzt muss ich aber wechseln. Jetzt wechselt er auch. Wetten. Ich wechsel. Und was macht er? Er wechselt auch. Er wechselt aber auch auf Kampf. Aber er wechselt auf. Was hat ein Lauchzelot noch? Nix. Pflanze. Laubklinge. Irgendwas. Ich muss jetzt hier. Der schildet. Dann schilde ich auch. Ich brauche meinen Pokémon, ja. Nicht so wie du. Der kommt bestimmt jetzt wieder mit Mist. Und ich schilde trotzdem. Und dann ist alles vorbei. Na, dann. Na, Laubklinge. Laubklinge. Macht. Macht das was? Weiß ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall. Wir müssen. Der muss weg. Ich brauche dich gegen Valreiser. Sonst müsste ich mit meinem Labras gegen Valreiser antreten. Aber das ist auch unverschämt. Krass. Wir schilden nochmal. Wir schilden nochmal. Hat der überhaupt schon geschildet? Ja, er hat kein Schild mehr. Gut. Ey, und jetzt kommt Valreiser zurück. Bitte. Bitte. Nein, kommt er nicht. Oh Mann. Ich muss den Move machen, weil ich bin tot. Ich dachte, vielleicht kann ich schnell raus wechseln. Was anderes. Damit ich mir das aufhebe. Und wenn ich irgendwann dann wiederkomme, dann habe ich schon vollen Kreuzhieb. Im Genick. Jetzt muss ich hier auch schon Labras reinholen. Dachte, Kreuzhieb ist voll. Wechselst du raus. Machst was anderes. Und wenn du irgendwann auf Valreiser zurückkommst. Bam. Kein Problem, Bruder. Weil. Hast ja dann. Den vollen Kreuzhieb. Aber ich konnte nicht wechseln. Glaube ich zumindest. Deswegen bin ich schon fort. Jetzt müssen wir hier irgendwas machen. Der ist Eiswasser. Ich bin auch Eiswasser. Ich habe keine Ahnung, was ich gegen den mache. Ich wechsel jetzt einfach mal raus. Pack meinen Giratina rein. Er muss jetzt also theoretisch nur einmal kurz. Zack. Irgendeinen Eis-Move machen. Nö, er macht Aquawelle. Oh. Wie genial. Aber was mache ich jetzt? Er gibt auf. Warum gibt er auf? Er hätte mich komplett zerstören können jetzt. Ich hätte doch nicht mal mit Drachen-Moves angreifen dürfen. Ich wäre auf Schattenstoß wahrscheinlich gegangen. Aber das hätte ja auch wieder ewig gedauert, bis der voll ist. Bis dahin hätte er mich doch komplett zerlegt. Und das Labras war doch schon halb tot. Mir soll es recht sein. Wenn er aufgibt. Ich merke, wie die Blase drückt. Der Urin. Das. Der Brottrunk. Eieieiei. Adi, wollen wir dann noch was essen vom Stream? Nee, du hast ja schon gekriegt. 15 Uhr. Du kriegst 20 Uhr erst wieder. Vergiss, was ich gesagt habe. So, das ist sinnlos. Wir haben hier Geist gegen Stahl. Aber er hat ja Boden. Und Boden gegen Geist. Und deswegen würde ich wahrscheinlich jetzt gar keinen Schaden machen. Krass. Aber ansonsten, kann er denn was gegen Geratina großartig? Wenn er mit Stahl angreift? Nee. Wenn er mit Boden angreift? Nee. Ich lasse es mal durch. Vielleicht hat er auch einen Unlicht-Move. Nee. Hat Erdbeben? Nee. Dann gehe ich jetzt mal auf Drachenklaue. Weil er denkt ja, ich bin ein Geist. Ich wäre gerne aufs Maromai. Aber wenn ich wechsle, wechsle er bestimmt auch. Oder Labras. Wieso denn? Labras gegen Boden? Genau. Ah, das ist ja erst recht nichts. Ich glaube, ich muss wirklich wechseln. Ich schilde... Labras oder Maromai? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich gehe mal auf Labras. Und gucke mal, was passiert. Ach so. Ich habe ja wieder kein Wasser. Ich greife doch mit Eis an. Ach, Mann, Mann, Mann. Ist das bescheuert. Ja, bis ich meinen Server fertig habe. Gute Nacht. Er kann doch eh noch schilden. Wäre ich doch lieber auf Maromai. Hä? Er lässt es halt einfach durch. Der ist noch blöder als... Nein! Strauchler incoming. Ich sehe es schon. Ich muss schilden. Als ob der keinen Strauchler hat. Strauchler. Jetzt bitte nicht schilden. Vertraue, dass ich nur Server habe. Ich habe mitgezählt. Server hätte sie schon längst machen können. Ach ja. Hä? Lässt trotzdem durch. Ach so, es ist... Er ist doch gar keine Pflanze. Er ist doch Psycho. Oh. So, Server. Was kann ich denn reinholen, was nichts macht? Jetzt wieder Giratina wieder reinholen. Dass er da seinen Strauchler drauf macht oder was? So, ich bin... Gleich tot. Jetzt vielleicht Geist machen. Mondgewalt. Wahrscheinlich gar nichts machen. Drachenklaue ging nochmal. Ich war zwar rechts, aber bin schnell links rüber gerutscht. Das ist ja... Guck mal, wir sind eigentlich tot, aber wir können noch einmal Drachenklaue hinterher ziehen. So. Sieht zwar noch nichts aus. Ich weiß nicht, mit was der angreift überhaupt. Wir versuchen jetzt... Ah, der hat natürlich nochmal den Nachtritt in die Eier. Schön gemacht. Strauchler. Wir leben noch. Wir leben noch. Und der Wechsel raus. Auf Fiaro. Ah. Fast. Und jetzt? Ja, toll. Er hat noch alle Moves voll. Hallo? Und er ist Flug. Hallo? Er hat gesagt, bis ich sterbe. Ich bin tot. Sturzflug. Das war's. Mit einmal weggeschossen. Jetzt erzählt mir nicht, dass das Bots sind. Das heißt aber, dieses Fünfer-Set muss ich noch fertig spielen. Und das war der zweite Kampf, also sind es trotzdem noch drei Kämpfe. Und dann bin ich aber durch damit erstmal. Dann muss ich heimlich für mich weitermachen. Bon voyage. Normalerweise könnte man sowas auch als Stream machen, aber ich streame ja so viel anderes Zeug. Da ist keine Zeit für noch einen Stream. Und so kann man ein 1 Stunde Video vorbereiten, mal fürs Wochenende, wenn man mal nicht da ist und irgendwas anderes macht. Hier weiß ich auch nicht, was ich mache. Ob man da jetzt wieder hier Drache oder Geist. Wahrscheinlich Geist. Der hat Gift oder irgendwas. Schauen wir es uns mal an. Ich merke mir das einfach nie. Ich will mir auch keine Tabelle hier dranhängen und die ganze Zeit gucken. Es gibt halt Leute, die sind mit Pokémon aufgewachsen. Seit der Kindheit haben jedes Spiel gespielt und alles aufgesaugt mit der Muttermilch. Und dann gibt es mich. Ich stehe hier und denke, was ist das denn? Was kann der überhaupt? Was ist das für ein Typ? Welche Attacken? Hä? Wieso ist der effektiv? Wieso mache ich keinen Schaden? Das ist Ramses. Das ist Ramses. Gegnerische Kacktacke. Labras? Labras. Jawohl. Wir machen trotzdem noch einmal. Auch hier. Dann können wir ja aus Spaß wechseln aufs Labras. Dann kann er nämlich alles, was er hat, aufs Labras abwälsen. So. Guck, ich will... Eigentlich habe ich schon gewechselt, aber wie man sieht, hat es nicht funktioniert. Na, egal. Dann brauche ich jetzt auch nicht mehr wechseln. Dann machen wir uns halt jetzt so zum Minna gegenseitig. Wer zuerst fällt, hat verloren. Ich habe verloren. Aber nur dieses LKW ziehen. Ja, der Rest war egal. Ich bin ja eben im Nachtreffen. Ich war ja schon halb tot, als er reinkam. Also eigentlich ist das jetzt keine Kunst, was er da macht. Aber er hat natürlich deswegen auch noch ein Schild. Und jetzt hat er auch noch das Schleimock. Aber ich nehme jetzt den Feuerwehrschlauch und tue den mal ordentlich sauber machen, dass der nicht mehr so aussieht. Im Endeffekt ist es auch nur ein Pikachu, was erkältet ist und halt vergessen hat, Nase zu putzen. Alter, wie lange dieses Kabel ist überall. Verteidigung sinkt stark. Er hat auf jeden Fall abgewehrt. Er mag nicht gesäubert werden. Und? Okay. Ich habe immer noch meinen Machomai. Psycho und Flug. Ich wechsle mal aufs Machomai. Du darfst jetzt mich umbringen, weil ich habe... Ich versuche mit einem Eisstrahl gegen dich vorzugehen. Der Herr. Oder hier ein Steinhagel wäre gut, aber dazu werde ich nicht kommen. Deswegen machen wir jetzt einfach so. Um einfach nur irgendeinen Schaden zu verursachen. Hoffentlich hat er sich jetzt noch nicht aufgeladen. Hallo? Ich brauche jetzt hier Eisstrahl. Eisstrahl. Nein! Der ist schon fertig mit seinem Wuh. Warum denn? Das wäre doch so gut gewesen. Ich hätte warten müssen. Ah, ich lebe noch. Jetzt Eisstrahl drauf. Eisstrahl, Mann. Tod. Nein! Doch! Jetzt! 17. Eigentlich wäre es 18. Aber wir haben ja einen verloren. Aber es sind immer noch zwei aus. Immer noch zwei aus. 47 Minuten. Zwei sind noch aus. Hier aus. Ich muss mich woanders hinsetzen. Mir tut alles weh. Ja, aus. Kampf beginnt. Tja. Das sieht gut aus. Mundirlo. Wer kennt ihn nicht? Glaciola. Ist wieder Eis. Komm ich mit Kampf. Guck. Zack, zack, zack. Jetzt geht er raus. Und nimmt Psycho. Psycho nimmt er. Steinhagel kriegt er. Ah, diese ganzen Evoli-Entwicklungen. Die wühlen da schon rum. Woher wusste der jetzt, was ich mache? Hat wieder einer geredet oder was? Ja, ja. Vergessen noch. Glaciola. Achso, achso. Ja, dann... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Psi-Strahl. Ich fülle einfach mal auf, die, 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 die Näpfe, die ich hab. Also, füllt ja eh nicht weiter auf im Hintergrund. Ich dachte so, ich kann ihn jetzt so runterhauen, Schild nehmen und dann, wenn er mit seinem Glaciola reinkommt, 50 Surfer drauf, sodass der irgendwie dann tot ist. Mal. Oh. Jetzt hat er auch noch Felinara dabei. Das ist mir doch immer schlimmer. Okay, das hab ich ihm auch verloren. Der ist ja mit seinem Felinara gegen meinen Giratina gut. Und er ist natürlich auch mit seinem, äh, äh, Glaciola gegen meinen Giratina gut. Und jetzt hab ich meinen zweiten Move nicht mehr gemacht. Hallo. Und bin auch schon wieder tot. Und... Ich kann eigentlich schon aufgeben, aber eigentlich haben wir, glaub ich, noch nie aufgegeben. Wir haben immer so lange gekämpft, bis wir wirklich vom Gegner besiegt wurden. Und das war's dann. Ja. Hm. Sehr schön. Ich lache... Das heißt, ich muss auch nochmal schilden. Weil wir gehen ja bis zum Schluss. So. Guckt mal, Drachenklaue zum Abschied. Einfach nur so. Damit wir die halt auch mal gemacht haben heute. Damit ihr es seht, wie die überhaupt ausschaut. Damit ihr wisst, wie die ausschaut. Der zweite Kampf verloren. Digga, so macht's keinen Spaß. Deswegen spiele ich auf dem Hauptaccount noch nicht. Weil da ist jeder Kampf so. Aber, warte mal, wir haben zwei gewonnen, zwei verloren. Das heißt, wir müssen das fünfte gewinnen, damit wir wenigstens die Pokémon-Belohnung wiederkriegen. Drückt also die Daumen, dass wir White-Schocko, äh, Schock, White-Schock, White-Schocko, Lucario, Stahl, Kampf. Ah, der wechselt eh wieder raus, wenn ich jetzt wechsle. Gegnerische Attacke, das kann der auch was für... Oh, Spukball kann der, verdammt, warte mal. Hat der Spukball jetzt? Steigerungssieb. Achso, okay. Das ist erstmal okay noch. Gucken wir mal hier. Na gut, das wird jetzt wahrscheinlich wegen seinem Stahl-Typ nicht wirklich was machen. Wir bleiben trotzdem weiter drin, weil der macht ja nicht großartig Schaden. Jetzt hat er bestimmt Spukball. Und deswegen machen wir jetzt schnell ein Move, äh, ein Schild. Ah, Spukball. Und jetzt komme ich einfach mit Rachenklaue. Jetzt wurscht. Dann ist das halt hier nicht gegen seinen Kampf, aber dafür ist es auch nicht vor seinem Stahl. Und der Rest geht vielleicht jetzt so, oder? Geht es so? Denn das kann kein Steigerungssieb sein, meine ich. Das ist kein Spukball. Es ist Steigerungssieb. Sehr gut. Und dann ist er hoffentlich tot. Beide ein Schild. So, was haben wir jetzt? Eine Fee. Ja, das bringt nichts. Dann muss ich jetzt trotzdem aufs Labras wieder mal gucken, dass wir hier uns einig werden. Bitte nicht rauswechseln, Monsieur. Lassen Sie die Katze da stehen, damit ich die bewässern kann. Kann man das Katze nennen? Nee, das ist ein Fuchs. Der Katzfuchs. Wer kennt ihn nicht? Ich weiß nicht, was sie macht, aber mir auch egal. Ich schilde es einfach trotzdem. Mir ist das Labras viel zu wichtig, als dass ich hier irgendwie jetzt eins auf die Nase kriege. Mit irgendwelchen anderen komischen Viechern, was sie hat. Ich sehe jetzt auch jetzt den Surfer eigen. Wahrscheinlich hätte ich es durch die Quick Moves geschafft, aber ich will jetzt auf Nummer sicher gehen. Am besten sogar, sie nimmt das Schild noch. Macht sie natürlich nicht. Sie hat ihr Schild noch. Und jetzt kommt sie mit einem Drache und Geist. Verdammt, ich hätte noch mal rauswechseln müssen. Hätte ich überhaupt gekonnt. Um dann mit Eisstrahl zurückzukommen. Das wäre super. Und kommen wir aufs Giratina. Jetzt kommen wir aufs Giratina. Jetzt haben wir wenigstens den Eisstrahl vor. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, den Schild zu nehmen. Drachenklaue. Okay, okay, okay. Lass kurz irgendwelche Moves machen. Hilfe, mein Gott. Schnell, mach einen Kreuzheb. Du, schilde bitte jetzt mal ab. Ich weiß gar nicht, ob der nach dem Giratina noch was hat. Er hat abgeschildert. Er hat danach nichts mehr. Theoretisch, wenn er mich jetzt umbringt, könnte ich mit einem Eisstrahl den Sack zumachen, oder? Ich kann eh nicht wechseln. Je länger er sich zieht, desto schlimmer wird's. Ich hab nur noch so wenig Energie am Labras. Im Endeffekt schafft er es das gar nicht. Und wie oft der Drachenklaue hier macht. Der füllt die wahrscheinlich jetzt genau nochmal auf. Jetzt hätte ich auf Steinhagel gehen müssen. Vielleicht hätte das auch schon was gebracht. Guck mal, wie das halt nichts macht. Jetzt bin ich tot. Jetzt macht er bestimmt direkt Drachenklaue, oder? Nein, ich hab Eisstrahl drin. Eisstrahl. Jetzt. Nutzt dein drittes Schild. Ne, steht schon da. 18. 18. 18 gewonnen. 2 verloren. 18 gewonnen. 2 verloren. Wir sind gleich bei 55 Sekunden. Ich muss die Pokémon-Belohnung noch einfangen. Und dann müssen wir mal gucken. Achso, es gibt ja gar keine Pokémon-Belohnung. Es gibt einen Stein. Es gibt eine TM. Und es gibt eine TM. Das gibt Level 6. Äh, Rang 6. Wir gehen jetzt raus. Und gucken mal hier rein. Was haben wir denn bekommen? Das Medi-T haben wir bekommen. Jetzt hab ich hier ein Ding dran gemacht. Medi-T mit 10, 15, 15. 10, Quapsel, 10, 10, 13. Und 14, 14 L. Hildburghausen. Ja, das war's eigentlich. Von meiner Seite aus. Also, danke an NetGhost für dieses gesponsorte Labras. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da ist noch einiges zu tun. Vielleicht, wenn Hannes und Genaya da sind, vielleicht können die sich ein bisschen um die Nudel kümmern. Dass die größer wird und nicht mehr so schlabbrig ist. Also, das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Hyperliga. Ramses Minus.